Herzlich willkommen mit Cliff da draußen. Ich wollte denen erstmal Hallo sagen. Achso, ja, ja, Hallo. Ja, ja, ja. Sagst du denen auch Hallo? Hallo, hallo. Ja. Die ganzen Wurst und der Schlampe sind voll scheiße. Ey, was ich sagen wollte, wahrscheinlich bist du mit dem Ding reingegangen, hey, der kann das so nicht wie MK9. Hast du auch gut trainiert. Den zerstör ich. Ich hab nicht trainiert. Ich hab echt nur mit Ermek gespielt. Gestern drei Stunden, heute sind's elf. Heute sind's elf. Ja. Meine Dehnerin. Der Schwern wird dich verschlingen. Das sehen wir noch, Sumsevieh. Sumsevieh. Herr Sumsemann. Oh ja. Telekick. Oh, Alter, ich hasse die. Komm her. Hey, ich wollte mir Wasser werfen. Du lässt das Wasser schön, wo es ist. Es wird hier nichts drangerüttelt. Egal, ob du hier bist und nicht. Oh, was? Ich weiß nicht, was ich noch kann. Oh Gott, ich hätte mir das durchlesen sollen. Ey, ich krieg hier nichts mehr geschissen. Was ist? Bounce? Bounce? Weiß ich nicht. Wenn einer auf dem Boden ist, oder? Okay. Okay. Ja, ja, ja. Beruhig dich doch mal, Alter. Ich darf nicht aufhören, Moves zu machen. Ich muss immer weiterkämpfen. Okay, ich kann nichts blocken auf einmal. Ja, okay. Meins kannst du die ganze Zeit blocken, aber ich dann's nie. Okay. Verstehe ich schon. Freutiges Wrecks-Game, Alter. 13 Siege, 10 Niederlagen steht bei mir. Boah, zählt das insgesamt? Was man online insgesamt hatte, ne? Okay, natürlich. Oh, der ist cool. Ey, lass mich doch nochmal zeigen, was ich hier so an meiner Seite hab. Zick, zick, zick. Ja, okay, da hab ich keine schnelle Gäste. Jetzt verschwinde. Gut, kein Finisher. Mann! Aber jetzt weiß ich, wie's dir immer geht, wenn man nicht mehr verlieren will und nur drauf hat. Okay, sie ist auch... So schön sah's für dich auch nicht aus. Ne, aber ich wollte trotzdem nicht verlieren. Wie viel Nieder... wie viel Niederlagen... Ich glaube, du hast jetzt fünfmal gewonnen. Oder sechsmal. Fünfmal gewonnen? Oder sechsmal, ja. Kann mir öfters vor. Schade. Wird den Style nicht ändern, Alter? Aus der Zukunft, Alter. Wie scheiße ist das denn? Das sieht richtig geil aus. Ich bitte dich. Naja. Das ist halt für die erfahrenen Spieler, glaube ich, Meister der Stürme. Ah, ich muss wieder... Du verschwendest Zeit mit Sterblichen. Ihr Schutz ist meine Aufgabe. Schutz führt zu Schwäche. Ready bist du als Bescheid. Immer ready. Kann man? Ja? Ja? Hola? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, okay. Okay. Was? 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 Nein. Nein. Das ist doch jetzt unrealistische Scheiße. Was soll denn das? Kann mir das mal einer gerade erklären, bitte? Ja, okay. Weißt du, die killen sich hier die ganze Zeit, aber sobald jemand auf dem Boden liegt, greift... Nö, so kann ich kein Schaden machen. Okay. Aber mehr Moves hat der dann nicht, das ist voll beschissen. Oh nein. Macht der sich Schaden damit? Ja. Guck mal. Was? Okay. Ungewollt ein Move gemacht ist okay. Ja. Mach ich schon. Es ist okay, Mann. Es ist okay. Ich kann das irgendwo sehen. 14 Siege, 11 Niederlagen. So. Ja, das heißt, ich habe zwölf... Das müssen wir plus eins rechnen. Nein, das ist aber nicht insgesamt. Also es ist insgesamt für die Runde, die wir gespielt haben, glaube ich. Ja. Gut, dann müssen wir das nur plus eins rechnen. Ja, dann habe ich zwölfmal gewonnen. Genau. Anscheinend. Aber das kann ja bei den Spielern noch gar nicht hinkommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Und Schie ist ein geiler Typ. Das ist ein geiler Dude. Findest du? Äh. Ich sag ein bisschen langsam, man macht mich ja trotzdem mit ihm fertig. Dann würde es ja jetzt zwölf, fünfzehn stehen, oder nicht? Dann würde ich jetzt mal Farah folgen, Alter. Wir nicht erinnern. Gib mir deine Seele und du wirst es. Round one. Fight. Oh. In diesem Moment, wenn du dich einfach nach einer Münze bückst. Ich komme einfach nicht an dich ran, Alter. Warum greift der denn nicht? Okay. Ich verstehe. Ich verstehe es nicht. Oh, shit. Ich dachte, wir wollen jetzt zweimal die Rühre. Da plocken die Augen raus. Alter, wie die leuchten, Alter. Du hast genauso wie eben mit Devourer gewonnen. Das ist zu kurz. Ey, guck dir das an. Da will ich dich von oben angreifen und es geht einfach nicht. Oh, jetzt geht. Ey, der ist mir zu langsam. Ich finde es lustig, dass Farah top fast schneller ist als Crunchy. Ja, ist er. Ey. Haha. Nein. Ich war kackt nur noch. Hä? Okay. Also es steht elf, zwölf, vierzehn. Das heißt, es steht 13, 15. Die sind so süß. Ey, wir sind echt nicht mehr weit auseinander. Das wird richtig spannend zum Schluss. Die sind letzte Matches jetzt. Also du hast so oder so gewonnen jetzt. Ne, 13, 15 kann ja noch nicht letztes Match sein. Doch. Quanchi war doch der letzte. Du hast doch Goro nicht, oder? Nein, aber ich habe den dahinter. Ja. Letztes Match. Das ist der letzte Charakter. Oh, yeah. Also, auf jeden Fall hast du das gewonnen. Ob 16, 14 oder 16, 13 oder. Beschissen. Such den im Web aus. Das ist jetzt die letzte Runde. Geh denn die hier einfach. Bitte nicht die hier. Ich kann nichts auswählen. Ne, sag mir. Ja, ich hätte gerne die mit dem Regen. Ne, okay. Nein. Was habe ich denn jetzt genommen? Metallic, ne? Ne, Diamant, glaube ich. Oder? Oder war es Gold? Ich habe keine Ahnung. Metallic. Stell dich, Örmeck. Wir nehmen deine Herausforderung an. Round 1. Fight. Okay, ich habe keine Ahnung, wie der hier abgeht. Ja, willst du nochmal gucken, oder? Ne, ich kämpfe jetzt einfach. Mir ist es sicher. Aber ist ja klar, dass du da nochmal Römeck nimmst, du Penner. Weißt du? Du spielst immer mit den selben. Ich kotze ab. Dieser Ausraster. Beste. Ich kotze ab. Du solltest so ne Highlights machen. Oh. Aua. Ah. Du bist im Steinesammler Club, merke ich. Oh, den wollte ich auch haben. Oh, ist das selben. Oh, Gott. Oh, mein Asthma. Alles Merde. Ah, hat nicht geklappt. Alles klar. Ne. Das greifen kann natürlich immer. Ja, okay. Super fast. Ich versteh es nicht. Ja, wenn du zu nah dran bist, dann warte ich doch einfach nur deinen Move ab und greife dann. Guck so. Wäre doch blöd, wenn ich das ausnutzen würde. Äh, nicht ausnutzen würde. Okay, das war's. Oh! Ja, das ist gut. Ne, doch nicht. Ich will trotzdem noch im Kampf gegen dich. Okay, das war echt ganz witzig. Puh! Nach langer Zeit nochmal wieder einen Sieg reingeholt. Ich will trotzdem nochmal einen Kampf. Willst du noch einen? Jeder darf sich auswählen, mit wem er will. Ja, ja. Puh! Gut, du willst zuerst. Ne, du willst zuerst. Wir sind auf deinem Kanal, Alter. Ne, das wollte ich nicht. Ja, zu sp... Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Was? Ja. Okay, Lappen. Er drückt Zufall, Alter. Und dann... Boah, echt. Sie nervigen. Ja. Damit du ihn einmal gezeigt hast. Ja. Okay, das zählt aber nicht mehr in die Wertung rein. Das ist jetzt nur noch einfach... Es stand jetzt irgendwie... Was? 16 zu 13? Ne, es muss eine glatte Zahl sein. Demnach 16 zu 14 oder sowas. Ne, das kann nicht sein. Mal sehen wir doch gleich. Boah, ist das eklig. Allein diese... Allein diese... diese... Farbe. Das ist gruselig. Oh, Alter. Mach das so aus, oder? Okay, dann habe ich keine Chance. Ja, weil der aber noch ungefähr die Moves hat wie vorher auch. Das ist ein Ende. Jetzt hättest du eigentlich deinen X danach nicht, oder? Boah, das sieht so eklig aus, Alter. Ja. Die ist 3D, ne? Geht voll auf. Ja. War geil, aber mit diesem... Skin, den du hast, sieht jetzt einfach so affig aus. So richtig in Szene. Ja, aber das nicht. Haha. Fatality. So. Jetzt können wir aber das Video beenden. Ja, warte. Also es steht 16, 12. Wir können eins draufrechnen, das ist 17, 13. Also von daher... Wie eins draufrechnen? Ja, eins draufrechnen. Das zählt nicht mehr. Naja, das erste darunter hat ja nicht gezählt. Achso, dann... Was stand gerade? 17, 12. Dann ist es... Ne, da stand 16, 12. 16, 12. Dann ist es jetzt... 15, 13. Ne. Gut. Irgendwie so. Egal, meine lieben Freunde. Aber auf jeden Fall nicht so schlecht. Es war nicht so blamabel wie bei Mortal Kombat 9. Als nächstes müssen wir wahrscheinlich mal Street Fighter oder Tekken rausholen. Ne, ich hab keinen Street Fighter und keinen Tekken. Ne, dann müssen wir Injustice spielen, weil... Das können wir beide nicht. Ja, Digga, Injustice ist so räudig, Alter. Das ist... Das letzte... Das ist so wie MK, nur dass das Block noch behinderter ist. Ja, aber dafür gibt's coole Charakter. Ja, okay. Und da sind wir beide echt nicht bewandert in dem Spiel, oder? Von daher... Aber... Ja? Es war sehr lustig, auch wenn es nicht so rüberkam. Und heute ist der Tag der Erde. Wir haben den 22.04.2016 und heute feiern wir den Tag der Erde. Das sagt mir Facebook gerade. Ah, das ist schön. Es war mir wieder eine Ehre, mit dir zu spielen. Ja. Mir auch. Ich bin Ermek, wir sind viele und wir hatten viel Spaß. Und ich bin Scorpion und ich bin raus. Hau rein und bis dann. Jetzt musst du so in die... Deine Hand in die Kamera so drücken, so vlogmäßig. Komm her! Get over here!